Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Beim letzten Mal sind wir in den C4 Tenkel, Tenkel, Henkel, Gründeltät von Henkel eingedrungen. Und jetzt sieht uns hier unglaublich lustiger Shit bevor. Oh ja, lustiger Shit. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier beim letzten Mal schon gemacht haben. Wenn ja, tut mir das leid, und wenn nicht, dann ignoriert einfach diese Aussage hier gerade. Was ist denn jetzt hier nochmal? Der Sinn der Sache. Erstmal fehlt mir. Oh mein Gott, du. Dich hasse ich ja abgrundtief. Wo ist er? Wo ist er da? Ich will die ganze Zeit rennen, weil ich gerade viel im Stream Skyward Sword spiele. Oh mein Gott, ist das Spiel schlecht übrigens. Oh meine Güte. Gut, okay. Okay, hab ich ihn tot? Okay, ich hab ihn tot. Das haben wir auf. Huh. Huh. Wir wollen aber direkt Action machen hier, ne? Freunde, leiden sie. Ich glaube, ich brauche hier den Affen. Den Affen. Genau. Ey, Affe. Komm mal her. Puppe, die du. Nee, hier dich brauche ich. So, na, das Poppenspieler ist. Links, rechts, rechts, nichts. Links, nichts, rechts, nichts. So, das wollte ich sagen. Meine Güte nochmal. Gerade vorher Mario kann 8 Part aufgenommen. Und Ben jetzt immer noch ein bisschen durch den Wind. Kann es auch ein bisschen schneller gehen? Please? So, 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 so. Lass mal hier den Baum. Was bringt der jetzt? Guck mal, ein witziges Gesicht. Oh, der hat auch ein witziges Gesicht. Oh. Oh. So, war ja uninteressant. Ist nie hier hoch. Oh. Flammen wir mal deinen fetten Arsch darauf. Da. Dankeschön. Vielen Dank, dass du fett bist. Vielen Dank, wie lieb von dir. Blühen, bla, 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 bla. Oh, 100 Robil. Hey. Was geht auch ab? Money, money, money. Hier kam sie, money. Here we go. Money. Ja, gut, okay. Warum jetzt fragen, warum ich das gerade gemacht habe? Das ist der 100-Euro-Dschingle, wenn man jemand 100-Euro spenden sollte, den ich wahrscheinlich niemals in meinem ganzen Leben hören werde. Nie. Nie. Wir haben auch schön, wenn. Hui. Komm mit. Komm mit. Ach, da brauchen wir gar nicht drauf stehen bleiben. Okay, schön. Tschüss, ruhig. Oh, Gott. Ich habe diesen Tempel gehasst. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Oh, mein. Doch, ich weiß nicht, warum. Er ist scheiße. Ah. Jungs. Wenn ich mal so entschuldige, dass ich euch mal treffen kann. Da. Please. Übrigens, das hier wieder tagesaktuell, ne. Also, ich habe wieder für den Donnerstag nichts und sitze hier am Mittwochabend und habe gerade den Part für meinen Geburtstag aufgenommen bei Marikad 8. Strange shit. Strange shit. So, hier brauche ich das Deku-Blatt. Okay. Komm mit. Komm. 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 Oh, du bist so ein... Mann. Was kannst du eigentlich? Außer süß aussehen. Hm. Jo, setzt sich mal darauf. Ach so. Verstehe. Uiuiuiuiuiuiuiuiiuiuiui. Hm. Da hab ich irgendwo Bäume vielleicht... Komm zurück. Jut. Nichts. Rechts. Nichts. du tüte nein 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 scheiße oh gott ich wollte ich gar nicht mehr meine fresse nichts rechts nichts ich kann es nicht mehr egal und hallo 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 baum warum baum oh meine güte ich werde immer mit lobe da aber egal so hier kam wer es ne Moment hier brauche ich dich da 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 ich hasse den Tempel übrigens habe ich das schon mal erwähnt ich glaube nicht oft genug ich hasse diesen ich weiß auch genau wofür wir die Bäumleine hier brauchen die werden später ganz wichtig aber jetzt noch nicht dann weiß ich auch schon welches item wir hier kriegen ich erinnere mich ich erinnere mich so ich glaube dann geht da unten gleich die Tür auf wenn wir jetzt alle Bäumleine pflanzen warum eigentlich egal ich egal egal ich denke das ist ich sollte das einfach ignorieren oder ja ich sollte das einfach ignorieren warum Bäume warum Bäume schicke oh 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 was geht hier ich sehe nichts hab nur eine Baum gesehen achso nooo Ich glaube, das ist aber so gescriptet, dass das passiert. Scheiße. Och, nö. Ich weiß nicht, ob man das hört, wenn man Telefonklingel dann dauert. Hört auf, mich anzurufen, wer auch immer mich... Also, werter Freund Rikki, ich bin hier. Ja, ist doch schön. So gut, es freut mich doch für dich, dass du da bist. Ach so. Ähm, okay. Moment, 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 greife ich mich nicht an. Okay, jetzt nicht. Nein, kann ich nicht abnehmen. Meine Fresse, immer wenn man aufnimmt, was den ganzen Tag will keiner sagen, was von einer, aber um 12 Uhr nachts vor seinen Anruf mit aufnimmt. Leckt mich doch. Leckt mich. Ey. Jetzt Schluss. Vorbei. Aus. Schluss. So, ich leg's jetzt ganz, ganz woanders hin. Ist mir doch egal jetzt. Braucht euch nicht, ich hab meine Fans. So. Ich wollte gerade, ich wollte gerade erst nach einer Herzenssuche. Ich bin echt zu viel. Skyward's heute gesohnt. Gesohnt, genau. Ich meine, wer sohnt denn nicht ein Spiel, ne? Ich sohne immer ein Spiel. Ah. Was glaube ich eigentlich für eine dumme. Shit. So. Oh, 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 oh. Was? Ein Skillshort. Wie geplant. Kein Ding. Gut, okay, 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 okay. Okay, okay. Was soll das denn jetzt gerade? Please! Boah, ich kann dich besiegen? Okay. Ey, diese Hand, ne? Ich hasse diese Hand. Ihr hasst diese Hand auch? Der jetzt hielt mal die Hand. Oh, witzig. Oh, du meine Güte. Weißt du schon, wenn du so ein Partner gefällt mir? Dann bin ich ein bisschen witzig. Ich spiele zwar einen Haufen Scheiße zusammen, aber okay. Hey, Hand, guck mal her. Warum gibt es euch eigentlich hier? Ihr seid hier total... Ich meine, im anderen Tempel macht das Sinn. Da sind Geister und so, ne? Dass da Hände aus der Hand kommen, kann ich noch nachvollziehen. Aber warum hier? Warum alles in der Welt hier? Bam. Kaputt gemacht. Ja, was schönes? Na, aber die habe ich alles. Ich brauche mal... Ich habe schon drei, ne? Bringt mir null. Okay. Bringt mir nix. Wenn ich jetzt hier hochgehe, bringt mir das was. Müsste es eigentlich, ne? Okay, dann bin ich jetzt... Wer brauche ich über die Geige? Hier brauche ich den... Hier brauche ich ihn. Ich brauche einfach die Geige. Also hier brauche ich ihn. Das ist schon mal ganz klar. Kann ich euch mal eben umbringen? Ich glaube, es bringt mir gar nicht, weil ich glaube, es respawnen kann das sein. Respawn ihr? Ich hoffe nicht. Wenn doch, dann ist das Ganze durch. Ja, auf übrigens mich immer anzugreifen. Ja gut, ich habe ja noch drei Feen und eine Suppe. Dass so gesehen zwei Halbtrinke sind. Aber ist auch egal. Ich hätte trotzdem lieber... bisschen... weniger Tode. So. So. Hier rauf, hier rauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Landen. Sehr schön. Das wird ein... Genau deswegen habe ich diesen Dungeon so gehasst. Ich mag das nicht. Oh mein Gott. Und wegen ihm. Aber da hasse ich alle Dungeon, die ihn enthalten. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn so hasse. Er ist halt einfach scheiße. Punkt. Mich nicht treffen, Mann. Sag es dir. So, eben schnell. Item wechseln. Gut. Meine Fresse. Ich hasse. Ich bin wieder angehört, oder? Ich bin wieder angehört? Oh, da vertue ich mich da gerade. Oh, da habe ich da gerade schon. Oh Gott. Meine Magie. Oh Gott. Meine Magie. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Ich habe es gerade noch gesagt, ne? Oh Gott. Manni, Manni, Manni. Scheiße. Auch Magie. Auch Magie. 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 Macht das kochen Spaß. Magie. 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 Magie Magie, Magie. Doch, es ist noch einer hier von denen. Da hinten. Oh Gott. Okay. Okay. Magie? Okay. Ey, du blöde Mist-Sau, ne? Wag es dich, mich jetzt abzuschieben. Wag es dich. Wag es dich. Fräulein. Ziehen wir mal ganz andere Seiten auf hier. Wo taust du auf? Jeder da. Langsam kriegen wir mich auch mit diesen Gegnern zurecht. Das liegt vielleicht daran, dass ich Let's Play. Also ich muss gerade sagen, hier in dem Spiel hatte ich sonst immer so ein bisschen vor diesen Gegnern ein bisschen Respekt. Aber jetzt, wo ich jetzt Let's Play, eher nicht. So. Sieht mir ganz nach Hüße aus. Hüße. Gut. Uuuuh. Uuuuh. Uuuuuh. Du, du, du. Kann ich jetzt hier was machen? Ich komm hier auch nicht raus mit ihm, ne? Aber das ist eine Truhe auf jeden Fall. Ha. Naja, ich würd sagen, bevor wir diesen Weg da runter gehen, Ben wird den Part hier an dieser Stelle... Oh, oh, Moment. Das Ding da hinten möchte ich haben. Unbedingt. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ne, jetzt geht er nicht rein. Beim nächsten Mal wird es wieder heiß. Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Ich hoffe, dir ein paar andere Werte gefallen. Wenn ja, lass doch eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Und einen Kommentar. Natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.